. Viel Spass bei Hin und Weg wünscht Dr. Oetker. Ich musste nicht sehr viel aufgeben. Man entscheidet sich für einen Weg. Er hat sein Leben in diesem Sinne aufgegeben, um hierher zu kommen. Was ich ihm eigentlich sagen möchte, kommt oft nicht ganz so raus wie auf Englisch, als wenn ich das auf Schweizerdeutsch würde. Ich habe mir einfach gar kein Ziel gesetzt für die Zukunft. Weder in der Schweiz noch in der China. Ich muss einfach gehen lassen. Es gibt Frauen, die würden ihn am liebsten stehlen. Ich muss wachsam sein. Meine Antennen sind immer ausgefahren. Ich muss auch mal mit. Ha, 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 ha! Forever you and me. Hier an der äquadorianischen Pazifikküste lebt er, dieser offenbar so begehrte Schweizer Tom, zusammen mit Angie und deren Tochter Carlita. Dich hat es wirklich das Meer gezogen. Das war eines von deinen Zielen, einmal am Meer zu leben. Ja, ich bin nicht jeden Tag im Meer, aber es ist irgendwie beruhigend zu wissen, dass ich gerade hier aussen habe, das Meer. Und das Geräusch des Meeres mit diesen Wellen ist eigentlich das, was mich fasziniert. Komm, wir helfen Ihnen, das Boot reinzubringen. Das ist schon so. Jungs, kommt her, wir brauchen eure Muckis. Un, dos, tres. Jungs! Dann gibt es die Bootstosser, die allen helfen. Der Stosser bekommt jeder ein paar Fischchen gratis. Die, die gar kein Geld haben. Schau, aber deine Frau ist gerade jetzt am Handeln. Ich kaufe Krevetten für ein feines Essen. Oh, der lebt ja noch. Ui! Sie sind schon tot, oder? Oh! 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 Oh, mein Gott! Oh! 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 Ui, aber jetzt gibt es gerade ein wenig hier. Was kosten die? 10 $. 10 $. Ja. Da, bitte. Hättest du den Preis auch hergebracht, Tom? Ich habe gar nicht angefangen. Es war eine Freude, mit Ihnen zu geschäften. Gracias. Direkt am Meer führen Danji und Tom ein Hotel mit 15 Zimmern. Folgen Sie mir bitte. Was kostet die Nacht? 25 $. Das ist das letzte freie Zimmer. Statt das Vermögen von reichen Kunden zu verwalten, nahm der ehemalige Banker sein eigenes Geld und in dieses Hotel investiert. Guten Tag. Guten Tag. Einen Liter, bitte. Danke und einen schönen Tag. Leifalz. Das sind so Sachen, die ich an meine Kindheit zurückerinnern. Ich ging mit dem Kessel in den Milchladen und kaufte die frische Milch vom Bauern. Dann kam ich nachher und dachte, das ist ja wie bei mir eine Kindheitszeit. Im Prinzip kommt alles, was sie zum Leben brauchen. Ich habe ein Home Delivery und finde, es steht hier schon seit Jahren statt. Dass Tom allein am Arbeiten ist, ist selten. Die Angie war vor einer Woche fünf Stunden beim Coiffe und ihre Haare strecken. Jetzt haben sie sich schon wieder kräuselt. Jetzt hat sie reklamiert. Sie hat gesehen, dass sie ganz früh am Morgen kommen muss, dass man es normal machen kann. Darum bin ich heute Morgen alleine. Das ist eine kleine, oder? Da haben wir keine klassische Rollenaufteilung. Da macht er einfach der von uns zwei, der es gerade sieht. Der macht es. Der macht es. Der macht es. Guten Morgen, Chef. Was hast du heute für mich? Corviche und Gatto Enserrado, alles frisch frittiert. Gib mir von beiden zwei. Achtung, sehr heiss. Danke, pass auf dich auf. Du aber auch. Ich bin einer von den Dorfalkaholikern, der aber wenigstens auf einem legalen Weg versucht, sein Geld zu verdienen im Prinzip. Die Angie sagt, du zahlst viel zu viel für dich. Ja, aber ich sage, du ... Er ist wenigstens der Hand nicht oben und tut die Lüböde abhebeln und macht die hohe Hand im Prinzip. Wenn er etwas hat, dann macht er etwas. Ich kaufe immer etwas bei ihm. Der Coiffeur ist im Zentrum des Dorfes Ganoa. Seit über einer Stunde sitzt Angie schon da. Auch wenn es Tom nicht gefällt, am Wochenende will ich mich zurechtmachen. Alle Männer wollen eine herausgeputzte und doch schlichte Frau. Ausserdem soll Tom nicht anderen Frauen nachschauen. Wenn ihn eine anspachtet, dann reagiere ich. Muss man, oder? Sicher doch. Oft ist es so, wenn die Frauen einen Ausländer sehen, respektieren sie nicht, dass er schon vergeben ist. Dann markiere ich elegant, dass er mir gehört. Küsse und umarme ihn. Das heisst für mich, mein Revier abzustecken. Das ist für mich mein Revier abzustecken. Das ist für mich mein Revier. Das ist für mich mein Revier dazupend. Hier sitzen Sie. Das Wochenende kann kommen. Olá. Hola! Das bleibt jetzt so? Wir werden sehen. Perfekt gestylt und bereit, sich jeder eine Herausforderung zu stellen, geht die Patchwork-Familie in den Ausgang. Samstagabend ist ihnen heilig. Dieser gehört nur ihnen drei. Vor vielen Jahren haben sich die beiden auf einer Datingplattform kennengelernt. Lange hatten sie eine Fernbeziehung. Seit drei Jahren leben sie endlich zusammen als Familie. Ich habe mich nicht gemacht. Ich habe mich nicht gemacht. Jetzt hat sie gerade umgestellt. Jetzt kommt etwas später. Jetzt geht es noch etwa 18 Min. Ich will nicht reden. Für Andrea ist heute der grosse Moment. Schluss mit der Fernbeziehung. Pedro, ihre Liebe aus Venezuela, kommt an. Und endlich darf er auch bleiben. Bist du etwas nervös? Ja, wahrscheinlich muss ich nicht nervös sein. Ich müsste auch nicht nervös sein. Für diesen wichtigen Tag kam auch ihr Grossmami zum Flughafen. Dass er auch sieht, dass er in der Familie willkommen ist. Ich habe eine warme Schale für ihn dabei, damit er etwas um den Hals hat. Denn ab jetzt sind ja andere Kleider gefordert. Feinstes kannst du mir selbstverständlich. Und das kommt eben den Hals rüber. Und dass er sich gerade warm fühlt hier in der Schweiz. Wir sind schon angekommen. Ein Jahr. Hoi. 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 Alles gut? Alles gut? Hallo. Hallo. Ich kann es kaum glauben. Ist das alles? Ja. Okay. Das genügt auch. Ich habe Hunger. Nach einem schier endlosen Papierkrieg bekam Pedro endlich das Hochzeitsvisum. Ja. Willkommen daheim. Schuhe ausziehen. Ich habe geputzt. Nein, habe ich nicht. Dinner. Soll ich etwas kochen? Oh, nice. Und wo sind die Essiggurken? Hey. Es klingt komisch, aber wir müssen uns erst daran gewöhnen, täglich zusammen zu sein. Ja, of course. Viele Veränderungen, aber gute Veränderungen. Good changes, of course. Und du bekommst nun gutes Essen. Du Glückspilz. Tschüss. Yes, tschüss. Tschüss. Wenn meine Arbeit es verlangen würde, in die Schweiz zurückzukehren, dann würden wir das genau anschauen. Ich denke, du könntest es dir grundsätzlich vorstellen, in der Schweiz zu leben. Es gibt viele Dinge, die du magst. Vieles, das du nicht magst. Aber das ist hier in China genauso. Ja. Ich bin jemand, der sich schnell an einem neuen Ort zurechtfinden kann. In a really new place. Sich neu zurechtfinden, hat sich auch Mathias mühsen, als er vor sieben Jahren von der Ostschweiz nach China kam, um zu arbeiten. Richtig heim ist, fühlt er sich erst, seit er Sharon gefunden hat und mit ihr den kleinen Jonathan bekommen hat. Ja, ich schlafe. Ja. Die Mutter von Sharon, B. Jan Q. lebt bei ihnen in der Wohnung, seit Sharon schwanger wurde. Sie unterstützt die Familie, wo sie kann. Tausende Kilometer weg gibt es noch eine andere Mami, die Elisabeth. Mami? Hi. Hi. How are you? Hi. You are at work? Ja, du bist am Schlafen, oder? Yes. Und ja, bist du zuhause? Ja, ich bin zuhause. Jonathan ist jetzt gerade am Schlafen. Warte, ich kann es dir zeigen. Siehst du ihn? Jesus Gott. Das ist jetzt so das letzte Mal, wo er schläft, bevor er noch ins Bett geht, ins eigene Bett geht. Ja. Am Wochenende schlafen sie nie mit ihm, im gleichen Zimmer zu schlafen, und am Wochenend zu sein. Ja. Ich bin extrem dankbar, dass sie sehen können, dass es uns gut geht, und ihr einen Sonnenschein habt. Aber ich bin auch viel, viel traurig. Ja. Ja. Sharon und auch die Mami und du, und jetzt mit Jonas. Ich finde es extrem schwierig. Sharon würde auch gerne wieder mal in die Schweiz kommen. Genau. Gell? Tschüss. Bye-bye. Das ist schon echt ... Taff, ja. Jonathan. Hey. Wege der riesigen Distanz ... Nächstes Mal kannst du auch mal sagen. ... pflegt die Verbindung in der Schweiz besonders sorgfältig. Das ist ein Weihnachtsgeschenk für deinen Götthi. Ja. Er ist im richtigen Alter. Die Füsse haben die geeignete Größe. Mhm. Ja. Nein. Dann machst du für deinen Götthi. Und für deine Oma. Hey. Hast du gesehen, wie denn die Zeh hochgezogen hat? So, ich mache nicht mit. Ja, let's go. Ja, hast du gut gemacht. So unterschiedlich Sharon und Matthias ihre Herkunft auch sein mag, aber beide haben einen starken Familiensinn. Ihnen war von Anfang an klar, dass sie auch selbst eine gründen wollen. Wir haben lange Zeit geplant und versucht, ein Baby zu haben. Und dann wirklich nach ein paar Jahren hat es geklappt. Und ja, wir sind mega stolz auf ihn. Und wir überlegen uns auch, unsere Familie zu vergrössern. Vielleicht noch nicht gerade jetzt, weil es zu früh ist. Aber wir haben definitiv noch vieles vor. Aber die Familie ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Alles ist in Gottes Händen. Man kann das nicht richtig planen. Ja, aber es wäre mein Wunsch. Ja, dass er einen Bruder oder eine Schwester bekäme. Hi, Jonathan. Tobi! Getti, das ist für dich. Tobi and Corinne. Tobi and Corinne. In einem Jahr, da möchte ich Deutsch sprechen können. Ja. Ja, ja, ja. With a job. Einen Job haben. Und sie wäre vielleicht schwanger. I can see her pregnant. But I don't know, but I don't know. Endlich einen gemeinsamen Alltag haben. Aber ohne Trauschei können Andrea und Pedro weder in Venezuela noch in der Schweiz zusammenleben. Darum soll ihre Liebe offiziell werden. In einer Woche heiraten sie. Grüezi. Grüezi. Wie kamen wir bei dir für Sie? Also wir heiraten. Schön. Und wir haben aber keinen Ring. Und dazu haben wir einfach irgendwie ... Oder haben wir mal schauen, ob es irgendwie so eine Anhängerkettele oder irgendetwas gibt. Gibt es Alternativen? Ja, hätten wir auch. So vielleicht auch etwas preiswerter ist. Ja. Wollen wir auch Ringe anschauen? Mhm. Das wäre sonst mal unsere Freundschaftsring, die wir auch grundsätzlich als Trauring nehmen könnten, die wir in Edelstahl oder in Silber hätten. Mhm. Also ein bisschen die Preiswerke haben. Ja, genau. Für Andrea dürfte es ruhig etwas Unkonventionelleres sein. Am wichtigsten ist aber der Preis. Noch verdient die Marketingfachfrau Andreas Geld für beide. Ich verstehe. Hast du verstanden? Das sind die preiswerteren Ringe. Was wir auch noch überlegen haben, wir haben dann noch irgendwelche Buchstaben als Anhänger. Das würde auch gehen. Es sind 1 zu 1 für die Abbildung der Grösse. Also wirklich so klein oder gross. Dass es hier drauf sind, auch wieder in Gelgold oder in Weissgold. Ja. Eigentlich wolltest du keine Ringe und jetzt willst du doch Ringe. Warum hast du die Meinung geändert? Ich weiss es nicht. Schwierig zu sagen. Vielleicht fühlt es sich einfach richtiger an mit Ehering. Zu gross? A little bit. Glänzt der nicht zu stark? Nein, mir gefällt er. Okay. Okay. Wir müssen uns entscheiden. Ich glaube, er ist jetzt eher bei dem Ring. Gut. Wir können den Ring auch um den Hals tragen, ja. Den ersten Kompromiss im neuen Leben haben sie erfolgreich gefunden. Ja? Ja. Mhm. Ja. Okay. Von jetzt an musst du einfach zu allem Ja sagen. Eines Morgens. Wir hatten das Hotel gerade übernommen. Da kamen um 5 Uhr in der Früh Gäste. Die wollten sofort ein Zimmer haben. Tom wurde richtig wütend. Ich sagte zu ihm, beruhige dich. Wenn du dich nicht sofort beruhigst, gehe ich. Denn so läuft das hier nicht. Man muss ruhig und liebenswürdig sein. Du darfst nicht ausflippen. Ja, wir mussten lernen, du musst es akzeptieren. Und wenn du fragst, was es bringt, dann schade es dir nur. Zweimal im Monat fahren die drei in die Stadt Manta zu der Familie von Anjihai, etwa 100 km weg. Ein Leben lang habe ich mit meiner Familie zusammengelebt. In unmittelbarer Nähe leben meine Cousinen, Tanten, Onkel, meine Geschwister, einfach alle. Ich sagte von Anfang an, wenn ich nach Ecuador komme und leben kann, wo wir jetzt bei deinen Eltern sind, da werden wir nicht leben. Alle Tören sind offen und jeder trampelt rein und so. Es ist einfach keine Privatsphäre. Anji ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Ihre Eltern sind vom Land in die Stadt gezogen, haben viel gekrampft und konnten sich schliesslich in einer ruhigen Gegend von Manta ein kleines Haus leisten. Bis vor drei Jahren lebte Anji mit den Kalitern auch noch hier. Hallo, wie geht's? Anji hat fünf Geschwister. Zwei von ihren Brüdern haben eine Behinderung und wohnen bei den Eltern. Don Jorge, guten Tag. Wie ist es euch ergangen? Sehr gut. Und ihr? Gut. Die Seele der Familie ist Olga, die Mutter der Anji. Sie ist fast blind. Olga hat viel auf die kleine Carlita aufgepasst, die Anji noch auf der Gemeinsverwaltung gearbeitet hat. Ich wusste ja, was ich für alle wäre. Der Vater, Don Jorge, ist der ruhige Pol der Familie. Es ist schon fast eine Tradition, dass es Schweinskopf zum Mittag gibt, wenn Tom kommt. Schweinskopf ist günstig und eine Delikatesse, zumindest für die Familie von Anji. Als ich das erste Mal sah, fand ich, ich bin nicht so der Schweinefleischesser, muss ich sagen. Aber man will dann auch nicht das Gesicht verlieren gegenüber der Schwiegermutter und muss dann in sauren Apfel reinbeissen und dann gleich etwa ein, zwei Hacken. Für Tom gibt es noch eine Gnadefrist. Zuerst gibt es nämlich Kaffee. Guten Appetit. Die Gunst der Schwiegermutter zu gewinnen war wichtig für Tom. Es war für mich schon ein Schlag. Als er mich fragte, ob er Anji mitnehmen dürfe, sagte ich zu ihm, du hast sie mir doch schon lange weggenommen. Ich habe beim Bau mitgeholfen. Für meine Tochter ist er gut, für mich wäre er nichts. Ich habe Zement gerührt, gemalt. Und doch, das Haus hat mich meine ganzen Ersparnisse gekostet. Als später wegen des Erdbebens der obere Stock wieder zusammenfiel, half mir dann Tom, diesen neu aufzubauen. als alleinerziehende Mutter war sie froh, dass sie gerade neben ihrer Familie wohnen konnte. Hier habe ich so viele Erinnerungen. und so viel Arbeit. Der liebliche Vater von Carlita hat nie Verantwortung übernommen. Anji war ganz auf die Hilfe der Familie angewiesen. In den schlimmsten Momenten meines Lebens haben sie mir immer geholfen. Mein Bruder ... Alle sind mir beigestanden. Meine Mutter auch. Das war unser Zimmer, als dann Tom hierher gekommen ist. Das war mein Bruder. Das war mein Bruder. Das war mein Bruder. Das war mein Bruder. Zurück in die Gegenwart. Da geht es zur Sache. Wenn er noch blutig wäre, würde ich ohnmächtig werden. Ja, das weiss ich doch. Und wenn ich einen Huhn schlachte, dann gefällt ihm das gar nicht. Ich denke, das macht ihm halt Angst. Wir Frauen sind härter im Nehmen. Stimmt doch. Das sehe ich bei uns zu Hause. Mein Ehemann sagt zu allem Nein. Und ich sage dann erst recht Ja. So läuft der Hase. Olga ist nicht nur die Seele, aber sie ist auch klar die Chefin der Familie. Achtung, Mama. Anji hat ihre Stärke nicht gestohlen. Ihre Mutter hat sie ihr vorgelebt. Wo ist deine Zunge? Ja, es ist wie deine. Die Glaube und das Gefühl, das sie mir gibt. Sie hat mich gerne, die Mutter von Anji, oder der Papa, die Mutter vor allem. Und darum ist es natürlich auch beruhigend zu wissen, dass ich daherkomme und sie nicht denken, jetzt kommt der wieder und blablabla und so. Und das ist schön. Und das Hirn? Ja. 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 Wir lassen den Tag auf, wenn ich was ist. Drei Std. in der Pfanne ist der Kopf butterweich geschmoret. Dazu gibt es Jucca-Wurzeln und Rings. Für mich eine kleine Portion. Guten Appetit. Nein, nicht Reis und Poulet, Reis mit Schwein. 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 Mir schmeckt's. Aber ich könnte nicht sagen, dass ich dafür sehr weit gehen würde. Meine Lieblingsspeise ist es nicht. Es war wieder sehr schön bei euch. Danke. Mein Land ist chaotisch. Hier ist es wirklich schön. Es ist toll. Ob Venezuela oder die Schweiz, wenn es Hochzeitsfieber grassiert, wird es überall hektisch. Mit was fangen wir denn jetzt an? Wir können nur einen strellen. Ja, so einen schon. Das brauche ich doch nie. Er hat hier einen, aber wo er auch immer den jetzt hat. Hm. Aber er hätte ihn doch nicht mitgenommen können. Und jetzt ist er vor allem nicht da. Er hätte ja schon lange da sein können. Eine Kollegin mit Flair für Frisuren übernimmt an diesem wichtigen Tag die Rolle der Coiffeuse. Die Frage ist, kann man zuerst mit dem Zöpfchen anfangen und kann es dann hier unten ... Meine Coiffeuse sagte einfach, sie würde die Haare wegnehmen. Weisst du, letztes Mal haben wir sie so. So. Ja, genau. Ja, er hatte eigentlich vom 9. bis zum 10. den Termin. Ja, so blöd. So. Er soll jetzt kommen. Hallo. 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 Du bist spät dran. Haben sie dich verunstaltet? Hello. Can I see? Lass mich sehen. Bist du zufrieden? Ja, es ist okay. Leider hatte die Frau keine grosse Erfahrung mit Bärten. So musste ich ihr alles erklären. Ich musste mich selber frisieren. Ich war ein wenig irritiert. Aber was soll's. Heute ist der grosse Tag. Nichts kann mir die Freude nehmen. Ich habe die Bürste gesucht. Oh, ja? Where is that? Ja, wo ist die? Die dünne, schwarze. The black one? The hairbrush? The thin one? Oh, ja, ja, ja. Where is it? In the office. Im Büro. Im Büro? Da habe ich umsonst gesucht. Okay. Where was it? In the office. Die Zeit wird immer knapper. In zwei Std. muss dann auch das Hochzeitskleid sitzen. Dann beginnt die Trauung an. Wir sind jetzt an einem Punkt, dass wir irgendwie neu anfangen. Auf der letzten Treppe im Leben, oder? Es geht als neues Abenteuer. Vielleicht etwas mehr für ihn als für mich. Ich hätte es mein Abenteuer gehabt. Ja, ja, ja. Ja, ja. There you are. There you go. Wegen der Liebe ist Brigitte Jay auf Montana in die USA gefolgt. Irgendwann wurde das Highway nach ihren Töchtern so stark, dass sie zurück musste. Let's go to the day bed. Oh, yes. Sit. Good. Am Jay war sofort klar, jetzt ist es an ihm, die Heime zu verlassen. Schliesslich gehören sie beide zusammen. Und das, obwohl er noch nie ausserhalb der USA gelebt hat. Hey, girl. So, Mädels. Habt ihr Eier gelegt? Da gibt es keine. Okay. Sie muss es noch lernen. Oh, da gibt es drei. Oh, cool. Okay, I got them. Hey, girls. So, wie geht es euch? Als ich etwa acht oder neun Jahre alt war, hatte ich statt einen Hund Hühner. Als Erwachsener im Reservat hatte ich während gut 15 Jahren Hühner. Wir haben immer dafür gebetet, dass wir hier Hühner, Hund, Garten, einen eigenen Ort haben werden. Das alles haben wir nun. Wo immer wir hingehen, wir bringen es zum Laufen. Die beiden sind durch schwierige Zeiten gegangen. Beide sind an Krebs erkrankt. Vor fünf Monaten haben Jay in den Staaten einen Tumor entfernt. Vor kurzem hatte er eine Nachuntersuchung. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich muss keine Chemo machen. Sie fanden jedoch einen Knoten. Den wollen sie nun genauer untersuchen. Ich hoffe, dass ich bald krebsfrei bin, wie meine wunderbare Frau. My lovely wife here. Ja. Ich bin auch froh. Ihr Krebs hat mich viel mehr beunruhigt als meiner. Ich will sie nicht verlieren. Sie ist mein Leben. Die beiden sind dem Big Creator, dem grossen Schöpfer, dankbar. Kommt zu uns, ihr Ahnen. Hört unsere Gebete. Schöpfer, wir danken dir für all die guten Dinge, die du uns gegeben hast. Ein Heim, das Essen. Gute Freunde. Freunde, meine Frau, meinen Hund. Der mutige schwarze Adler hat gesprochen. Thank you. Die weise Bärin von weit her hat gesprochen. Gut. Die Frigitte und Jay kosten das Leben aus. Mit all seinen Möglichkeiten. Das ist so schön. Ich habe so Freude. Ich stelle mir schon vor, dass wir dort ein Zeitbild stellen. Auch Jay hat einen Plan. Er will ein Buch schreiben. Ich habe einen Abschluss als sogenannter Medizinmann. In meinem Buch möchte ich eine Verbindung schaffen zwischen den Native Americans und der westlichen Welt. Damit wir uns alle besser verstehen können. Wie wir denken, wie wir glauben. Wie wir glauben. Wie wir glauben. Ich bin froh, dass wir hier sind. Wir haben eine gewisse Sicherheit hier. Wir haben Freunde hier. Wir haben Familie. Es ist gut. Meine einzige Erwartung an sie ist, mit ihr zusammen sein zu können. Und zwar in diesem, dem nächsten und übernächsten Leben. Der Schöpfer hat sie nicht zum Sterben, sondern zum Leben in die Schweiz gebracht. Von dem sind beide überzeugt. Und mit dieser Zuversicht schaut es der Zukunft entgegen. Es sagt, schau hier. Schau in den Valleys. Well, we will, dann. Good? Yeah. Juhu! This is gorgeous. Look at this. Well, it's quite sad. Es ist traurig, dass meine Eltern nicht dabei sein können. My lovely people. It's quite sad, yeah. Ich kann einfach Pedro irgendwo stehen lassen. Oh nein! Für Pedro und seine Eltern war es in Venezuela unmöglich, ihnen die nützliche Frist einen gültigen Pass überzukommen, um in die Schweiz zu reisen. Entschuldigung, ich habe dich schon verlassen. Ups. Ups. Ja, liebes Bratpaar, liebe Trauzeugen, liebe Gäste. Mit dem heutigen Tag beginnt für Sie ein neuer Lebensabschnitt. Sie haben sich entschlossen, miteinander die Ehe einzugehen und ihren weiteren Lebensweg von jetzt an als Eheleute zu beschreiten. Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen. Sie schulden einander Treue und Beistand. Die restlichen Regeln können Sie selber machen. Ist alles verstanden? Wichtig ist, dass übersteht das Ja-Wort. Ja. Möchten Sie, Frau Andrea Götz, mit Herrn Pedro Ducati Sanchez die Ehe eingehen? Dann antworten Sie mit Ja. Ja. Und möchten Sie, Herr Pedro Ducati Sanchez, mit Frau Andrea Götz die Ehe eingehen? Dann antworten Sie mit Ja. Ja. Da Sie beide meine Frage mit Ja beantwortet haben, ist Ihre Ehe durch Ihre gemeinsame Zustimmung geschlossen. Ich würde sagen, es ist noch klar. Applaus Alles gut. Pedro ist nicht nur im Herzen von Andrea, auch ihre Familie nimmt ihn mit offenen Armen auf. Herzlich willkommen. Das ist unsere Familie. Danke, Papa. Es ist fast ein bisschen emotional jetzt. Jetzt windet! Eins, zwei, drei! Windet! Schön. Ein Liebesbeweis. Ich weiss nicht, ob es wirklich ein Liebesbeweis ist. Man sagt, es ist ein Liebesbeweis, aber ... Ich glaube, es ist ein grösser Beweis aus meiner Sicht, wenn ich ihr meine Liebe jeden Tag bestätige, die ich gegenüber ihr habe. Dann kommt es mir und sagt so, hast du nicht etwas vergessen, mir heute zu sagen, was ich noch nicht gehört habe. Dann sage ich ... Manchmal sage ich so, ich habe es heute Morgen schon gesagt, aber ich sage es noch einmal. Ich sage es noch einmal. Te amo. Tom hat sich in Ecuador gut eingelebt. Ein paar Sachen aber hat er aus der Schweiz mitgebracht. Darunter auch die Freude an Velotouren, die man hier in Canoa nicht so kennt. Das dauert noch nicht, oder? Es hat noch Mühe runter. Ja, schon. Bist du eine gewisse Velofahrerin? In der Schweiz kann jeder Velofahrer fahren, oder? Das ist jetzt ein Geheimnis, das ich nicht dir verrate, ich fahre nicht gerne Velofahrer. Geh wir mal zuerst, oder was? Ehrlich gesagt, ich habe dich schon ein bisschen ausgelacht wegen deinem ... Das tut mir mein Easy-Roll an. Das ist ein Fahrrader, den ich zu Hause habe. Das tut mir im Prinzip ein bisschen ersetzt. Wir gehen zu Hause an alten Dörfern. Ah! Eine alte Harley. Wir machen jetzt eine Velotour ins Inland. Angie und Carlita sind tapfer mit dabei. Sie lachen schon und denken, was sind heute noch die Leute, die mit dem Velo kommen? Wir sind unterwegs zu einer Serviceria an einer ecuadorianischen Bierbrauerei. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Kommt ihr vorwärts? Ja, ja. Bist du noch weit? Wir sind fast dort. Deine Tochter ist schon ruhig cansada. Hola. Hola. Du. Meine Güte, was für ein Weg. Ein richtiges Abenteuer. Super. Sveni. Komm zu mir. Nein, wir sollten immer mehr gehen. Jetzt sind wir das dritte Mal. Oh, ich lasse es hören. Noch ein bisschen. Das dritte Mal heute, ja. Ja, ja. Tom und Angie. Die beiden tragen die Verantwortung für Carlita, führen das Hotel, sind jeden Tag am Krampfen und trotzdem wirken sie immer noch frisch verliebt. Si. Jetzt kommt unser Bier hier. Ui. Gracias. Salud. Salud. Die beiden leben in einer eingetreiten Partnerschaft. Trotz aller Romantik haben sie nicht geheiratet. Wenn sie das irgendwann noch nachholen ... Eine Hochzeit in Weiss war nie ein Traum von mir. Wirklich nicht? Nein. Okay. Meiner aber schon. Nicht verheiratet zu sein, raubt mir nicht den Schlaf. Ich bin glücklich in meiner Situation. Ich bin mit meiner Carlita, ich bin mit ihm, den Mann, den ich liebe. Ich habe eine tolle Arbeit. Was will ich mehr? Sie ist die Frau meines Lebens. Ich liebe und schätze ihn sehr. Ich weiss, er wird mich nie im Stich lassen. Das ist fast zu viel für mich. Du bist ein grosses Geschenk für mich. Ich liebe dich sehr, mein schöner Schweizer. Ich liebe dich, dass man vor Glück brüllen kann. Das ist etwas vom Schönsten, was einem passieren kann. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Vamos? Ja. Liebe nimmt nicht immer den einfachsten Weg. Umso schöner, wenn ein Mensch trotzdem miteinander meistert. Wenn dich die Liebe auch an einen Ort verschlägt hat, den du nicht für möglich gehalten hättest, melde dich bei uns. Wir sind gespannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017